Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bausimulator 2015. Wir sind dabei, mal wieder zu baggern. Warum ist das jetzt auf einmal wieder so laut? Hä? Manchmal verstehe ich den Sound von solchen Spielen nicht. Wisst ihr das? So, wir müssen wieder baggern und das Zeug in den Muldenkipper packen. Weil... Ja, toll. Voll daneben geworfen, weil wir wieder 10 Kubikmeter Erde in das Kieswerk bringen müssen. Das Gute ist, wir müssen nicht so viel baggern. Er hört immer ziemlich früh wieder auf. So, hier rein. Hallo. Mach doch mal was hier. So kann man das machen. So ist das in echt, glaube ich, auch. So. Nächste Kelle. Hier. Der sieht gut aus, den wollen wir mitnehmen. Hier das auch alles und dich und da und so. Jetzt steht er auch wieder richtig. Da wollte ich noch hin haben. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich auch 10 Kubikmeter ausbaggern. Ob das dann immer so passt, weiß ich nicht. Mir auch egal. Hauptsache, ich habe danach genug auf dem LKW. runter, 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 wir machen hier mal so einen langen Arm des Gesetzes gerade. So, wieder 99-prozentige Schaufel mitgenommen. Ab ins Auto. Müssen wir gleich mal wirklich gucken, ob wir dann überhaupt 10 Kubikmeter drauf haben, weil... Wer weiß, wann der aufhört, äh, mit... Hä? Was ist das denn jetzt? Was soll denn das? Ja, genau. Hä? Wieso hat der sich denn jetzt aufgeklappt? Und das muss mir jetzt mal einer verraten. Ich war das nicht. Hat der ja selbst gemacht. Der wollte das so. Hier nochmal schön die Ecke. Und hier das noch und das noch und das noch. Und dann haben wir wieder eine volle Kelle. Bups. Na, ob der da alles reingegangen ist, weiß ich jetzt nicht. Dann machen wir hier noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, zehn, neun, zwölf. Hier noch ein bisschen. Nee, geht nicht. Mehr will er jetzt nicht. Ah, gut. Hat aber gepasst. So, jetzt muss ich kurz mal hier woanders hinfahren. Irgendwie habe ich so auch nicht angefangen. Muss ich sagen. Halt, so. Da, jetzt, jetzt habe ich wieder... Jetzt habe ich wieder Erde im Zugriff. Ah, jetzt ist es auch deutlich leiser geworden. Hallo. Einmal hier schöne Schaufel rein und hier einmal durchwuseln. Und ab hier in den LKW. Na toll. Das war nicht so geplant. Und hier eine Dings. So, und das noch. Und hier noch. Und nee, will er nicht. Gut, dann nicht. Kriege ich jetzt den hier wenigstens rein? Jawohl. So, sehr schön. Jetzt muss ich mich erstmal kurz wieder bewegen. Das ist, äh, gescheitert sich hier echt anstrengend. Das Pinkelbecken für die Kinder auszugraben, ne? Ja, komm. Komm, jetzt greif doch mal danach richtig hier. Komm, jawohl. So, hier, schön, danach greifen. Na, egal. Ich hätte mich nicht selbst loben dürfen. Das geht immer wieder schief, wenn man sich selber lobt. So, jetzt, jetzt, das hört sich doch gut an. So, hier, schön, 80%. Hö, hö. Und auch schön in den LKW reingedonnert. So, und jetzt hier auch nochmal einen tiefen Zug nehmen. Ja, mit 80% kann ich leben. Hier muss ich ja mehr baggern als bei den anderen. Da ist das doch nur das Pinkelbecken. So, hier auch nochmal schöne Kelle mitnehmen. Ne, na gut, dann nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob der nicht dann komplett ausgelaufen wäre. Ausgelaufen. Da nicht alles rausgeflogen wäre, wenn ich das jetzt gemacht hätte. Hier, das, nee, so muss das, jetzt hängt da. Hallo. 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 Na gut, da nochmal. Da habe ich mich wohl in dem Erdreich verkeilt. So. Vorsicht, nicht wieder den LKW umstupsen. Wie viel passt denn da noch rein? Und wie viel muss ich denn jetzt hier noch ausbaggern? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, nun hier, komm. Schöne Kelle nehmen. Ah, will ich weiter baggern? Nö. Will ich nicht. Mach ich auch nicht. Aber ich muss eben gucken. Wie viel habe ich denn hier drin? Na, nee, pass auf. Weil, wenn ich mir das so angucke, Stadionbad. Äh? Kann ich mir das nicht angucken? Warum nicht? Weiß ich nicht. Da machen wir auf jeden Fall 20 Kubik rauf. Ähm, weil ich nämlich glaube, dass wir noch eine Bagger-Session haben und ich dann wieder 10 Dings... Oh, jetzt ist ja wieder laut. Also so, auf jeden Fall, bis der voll ist, würde ich ihn... Es wird zwar knapp dann, aber dann kaufen wir uns zur Not beim nächsten Mal noch Erde. Dann können wir das nämlich hier irgendwo einfach hinfriemeln. Komm raus da. Ah! Nein! Oh Gott! Nein! Ich trottel! Was habe ich denn da gemacht? Jetzt ist ja wieder so laut. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. So. Mal gucken, ist er jetzt voll? Jawohl. Nun ist er voll. Das heißt, ich muss hier erstmal den Muldenkipper wegfahren und den zum Kieswerk bödeln. Hallo? Wieso kann ich nicht wegfahren? Äh? Hallo? Äh? Wo hängt der jetzt fest hier? Weil ich da jetzt Erde drunter geschüttet habe. Oh Gott. Das war wohl, weil ich da einen Brocken Erde drunter habe. So, was wollen wir hier machen? Mach den Baustellenbereich frei. Großer Bagger. Na gut. Großer Bagger. Ja, machen wir. Das reicht doch schon, oder? Nee, reicht nicht. Dann fahren wir halt ein Stück zurück. So. Und nun? Hallo? 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 Schön. Ah doch, jetzt. Ja, hier sieht... Ach, ich verstehe das nicht. Ich habe das nicht gemacht. So, dann fahren wir jetzt mal den Müll wegbringen. Können wir jetzt vielleicht auch hier nochmal gucken? Nee, können wir nicht. Wir sehen nicht, was unsere aktiven Aufgaben danach sind. Naja, dann nicht. Dann machen wir das einfach so weiter. Und fahren blind dorthin. Müssen wir aufpassen, dass wir wirklich nur 10 Kubikmeter da rein laden. Oder halbwegs 10, damit wir danach vielleicht irgendwie 100 Gramm Erde oder sowas da nehmen müssen, um den zweiten Part dann da fertig zu machen. Also, vorbei am Gartenhandel, hinterm Gartenhandel rechts. Ich weiß noch genau, wo das Kieswerk ist. Wir sind auch bald fertig. Man sieht das hier. Wir müssen, glaube ich, gleich noch ganz viel Gedöns vom Gärtner holen, aber der ist ja nicht so weit. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir schon fast den Vorarbeiter ansprechen. Hallo. Fahr doch. Ich brauche den Speed hier. Hier geht es bergauf. Mann, 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 Mann. Winterschlussverkauf. Wir müssen nur daran denken, dass wir den dann auch zurücksetzen danach, weil ich lasse den hier gleich am Kieswerk stehen. War das schon immer so schief? Oder fühle ich mich jetzt einfach immer betrunkener, je länger ich arbeite? Arbeiter. Je länger ich arbeite. Ich arbeite. Jo. Ich habe mir heute ein Video übrigens vom Flughafen Simulator 2015 angeguckt. Es sieht besser aus, aber es ist immer noch... Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sagen würde, muss ich spielen. Weil der 14er, der ist echt, der strengt mich an. Und Flughafen Feuerwehr... Habe ich Flughafen Feuerwehr Simulator gesagt? Nein, Flughafensimulator so. Flughafen Feuerwehr Simulator ist durch. Haben wir geschafft. Müssen wir nur kurz an der... Dings vorbei. Ich weiß immer noch nicht... Rein... Rein preistechnisch ist es so, dass... Mich... Der Eurotruck mehr reizt, da ich den noch nicht bisher gespielt habe. Kostet aber... Im Moment ähnlich viel wie der... Äh... Wie der Dingens da. Der Flughafen Simulator gedöhnt. So, einmal ganz kurz. Wir müssen... Ist hier wirklich... Ich kann hier nicht abladen, doch kann ich wohl. Ja, super. Was ist das jetzt hier? Äh... Ist ja super. Mann, ey. Gut, das heißt, wir müssen tatsächlich hier noch ein ganz bisschen Erde aufladen, weil das möchte ich jetzt... Das will ich nicht nochmal machen. Äh... Dann fahren wir hier einen weiter. Und laden ein bisschen Erde auf. Wir müssen ja nicht viel. Ich glaube, das müssen vielleicht... 100 Gramm oder sowas. Also eigentlich so reinfahren, Beladung starten und wieder rausfahren. Hier, jetzt müsste ich schon wieder raus sein. Oh Gott. Das hat... War zu viel, aber ich kann nicht so schnell reagieren. Das geht nicht. So. Abladen. So, ich kann hier nicht abladen. Wieso kann ich hier nicht abladen? Was soll denn der Scheiß? Hä? Wieso kann ich hier nicht abladen? So, weil ich... viel zu weit hinten stehe, oder was? So. Hä? So, dann wollen wir das hier mal wieder runter machen. Okay. Ich sehe allerdings echt nicht mehr... aktive Aufgaben. Stadion, Bad. Ich sehe nicht mehr, was ich noch machen muss. Was ist das denn jetzt wieder für ein Bug? Naja, dann gehe ich mal weiter baggern. Aber ich lasse den jetzt hier stehen. Nein, will ich nicht. Großer Bagger. So, dahinten muss ich weiter baggern. Okay. Achso, da muss jetzt das noch hin. Naja, da kommt dann doch noch eine Folge zustande hier. Habe ich gar nicht so schlecht geschätzt. Wenigstens müssen wir hier jetzt nicht mehr, äh... sag mal schnell. Das Zeug wegbringen, glaube ich. Wäre mir an der Stelle auch egal. Also ich gebe gerne 3000... äh... Zeuro für... Erde aus. Bevor ich jetzt hier wieder hin und her fahren muss. So. Wir werden uns jetzt nochmal anstrengen. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen, äh... fertig gebaggert hier. Ah, wobei, nee, das schaffen wir ja schnell jetzt hier nicht mehr. So, schnell. Ich werfe das hier einfach neben kurz. Wie, ich kann hier nicht abladen. Ah, nö, ey. Ich brauche dieses Ding, oder was? Seit wann ist das denn so? Was ist das denn? Na, das ist ja toll. Jetzt brauche ich diesen doofen Kipper tatsächlich, oder was? Nö. Das war einfach. Hä? Ja, da setzt man auch, äh, ein Auto zurück. Definitiv. So, ähm, ja. Einsteigen, großer Bagger. Der ist gut zurückgesetzt worden. Wir müssen als nächstes mit Groß Günther Zeug holen vom Gartenhandel. Und zwar... Was müssen wir alles holen? Ach, nee. Schneebeere... Ich kann hier nichts mehr anklicken. Schneebeere vom Gartenhandel. Zweimal Abwasserrohre und Rollrasen. Alles klar. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann haben wir eigentlich auch soweit alles, glaube ich, äh, fertig. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder beim BAU-Simulator 2015. Daumen hoch, Kommentare lassen, Kuchen nicht vergessen, ne? Also, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.